Für die Stadt der Zukunft brauchen wir eine ganze Menge von neuen Antworten. Wie und wann wollen wir in Mainz klimaneutral sein? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie werten wir unseren öffentlichen Raum, unsere Plätze und unsere Grünflächen so auf, dass wir Mainzerinnen und Mainzer unsere Stadt weiterhin als liebenswerte Stadt empfinden? Ich habe deshalb die Anregung gegeben, dass sich Mainz für die Landesgartenschau bewirbt. Und hier ist sie, die große Bewerbung, die mit Hilfe vieler Mainzerinnen und Mainzer entstanden ist. Und wir verknüpfen diese Bewerbung und diese wichtigen aktuellen Fragen mit unserem baukulturellen Erbe. Deshalb spielen die Flächen mit der Zitadelle, aber auch mit dem römischen Theater hier eine große Rolle. Und zugegeben, auch das braucht eine Aufwertung in Zukunft. Was fehlt uns? Dass wir diese Bewerbung pünktlich zum 15. Oktober abgeben. Und ich glaube, wir schicken sie jetzt mal heute auf die Reise. Bitteschön! Vielen Dank sehr! Und ganz mal weg! Tschüss! the ihr Untertitelung des ZDF, 2020